Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Malerhandwerk ist die Hartmut Wölk Malerei GmbH ihr kompetenter Partner in Berlin und Umgebung. Bei der Innenraumgestaltung bieten wir Ihnen neben klassischen Maler- und Tapezierarbeiten spezielle Gestaltungsmethoden wie Spachteltechniken und die originalgetreue Reproduktion von Kunstwerken. Unsere Mitarbeiter sind auch bei Fassadenanstrichen und Reinigungen, bei der Graffiti-Entfernung und beim Vollwärmeschutz stets auf dem neuesten Stand der Technik. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.